Wow, ein bisschen gegenseitig. 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 Ja, die Italiener, die können eigentlich nur Eis oder Vattoria oder Pizzeria. Das ist mein erster Tag der Reise. Ich hoffe, der dauert auch schon lange, der Tag. Und auch noch ein bisschen weiter. Und er hat bestimmt unsere Tage ein bisschen offensiviert werden. Oh, das ist ein bisschen weiter. 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 Ich zeige euch, was da denn noch frei war, dank des Bauches, gerade am Aufrechnen da. Es geht so hard, dass sie dann kommen. Maschnet